Die besten Homeoffice-Ausstattungen, unsere Top 4 Empfehlungen Ich habe mir die Knodeltischunterlage gekauft und bin wirklich zufrieden damit. Sie ist sehr robust und wasserdicht, was ich besonders schätze. Außerdem ist sie doppelseitig, wodurch ich sie je nach Laune mal in purpur oder rosa verwenden kann. Die Größe von 80 x 40 cm passt perfekt auf meinen Schreibtisch und bietet genug Platz für meinen Laptop, Maus und Schreibunterlagen. Auch das Design gefällt mir sehr gut. Ich kann die Tischunterlage auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit dem PipiShell Schreibtisch Organizer. Der Mesh Metall Büro Organizer ist sehr stabil und hat genügend Platz für all meine Büromaterialien. Die sechs Sortierfächer sind perfekt für Stifte, Hefter, Ordnerklammern und Haftnotizen geeignet und die Schublade ist ideal für die Aufbewahrung von Kleinteilen. Der PipiShell Schreibtisch Organizer ist platzsparend und hält meinen Schreibtisch ordentlich und sauber. Ich empfehle dieses Produkt jedem, der einen gut organisierten Arbeitsplatz braucht. Ich muss sagen, dass ich von der LED-Schreibtischlampe mit Ladefunktion wirklich beeindruckt bin. Die kabellose Otus Architektenlampe ist nicht nur funktional und praktisch, sondern auch ästhetisch ansprechend. Das stufenlose Dimmen und die einstellbaren Farbtemperaturen ermöglichen es mir, die Lichtstärke und Farbe nach meinen Bedürfnissen anzupassen. Zudem schützt die Berührungssteuerung meine Augen vor Überanstrengung. Der Schwänkarm erlaubt es mir außerdem, den Lichtstrahl in die gewünschte Richtung zu lenken. Alles in allem eine großartige Arbeitsleuchte für jeden Schreibtisch. Ich bin absolut begeistert von meiner Flipline Fußstütze Schreibtisch mit Flauschfaserfußtasche Thermoflow. Die Höhenverstellbarkeit erlaubt es mir, die perfekte Position für meinen Schreibtisch zu finden und die Flauschfaserfußtasche hält meine Füße warm und gemütlich. Es ist ein großartiges Zubehör für mein Büro und ein Muss für jeden, der lange Stunden am Schreibtisch verbringt. Pluspunkt dafür, dass es auch für das Homeoffice geeignet ist. Der Fußhocker ist robust und gut gemacht und ich kann es nur empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.